So, einen wunderschönen guten Abend meine Lieben, SSYN, ihr kennt doch den Rest. Also, wie ihr wahrscheinlich schon alle gemerkt habt, Better Rap Junkie ist einmal gewesen. Wir mussten alle Videos runternehmen, aufgrund von Artikel 13 seiner Mutter. Haben aber mit den Jungs von TopTierTankover gesprochen und werden die Best-Obs, die bei uns auf dem Kanal waren, jetzt halt alle rüberschieben und die werden da, glaube ich, im Laufe der Zeit halt alle veröffentlicht. Der Kanal wird jetzt umbenannt von Better Rap Junkie in Cynic. Heißt, ich werde hier eigenen Content hochladen. Natürlich Better Rap bezogen, es sind einige Formate geplant, einige Überraschungen auch geplant, mit denen so keiner rechnet, glaube ich. Damit ist nicht die Musik gemeint, die Musik wird aber auch hier hochgeladen. Das heißt, ergo, die Leute, die jetzt Better Rap Junkie immer noch abonniert haben, aktiv verfolgt haben und keinen Bock haben, mir jetzt zu folgen, können das jetzt deabonnieren. Der Rest, der Bock hat auf, ich kann nicht so viel verraten, aber der Bock hat auf Content, der hauptsächlich mit mir zu tun hat oder von mir gestaltet wird, mit anderen Leuten zu tun hat, kann hier gerne draufbleiben natürlich, weil das, was wir uns über die letzten vier, fünf Jahre erarbeitet haben, können wir sich einfach wegschmeißen. Ist auf jeden Fall schade. Ich will auf jeden Fall jeden danken für die Treue. 36.000, 37.000 Abonnenten haben wir jetzt in drei, vier Jahren, glaube ich, geschafft. Das ist auf jeden Fall eine kranke Leistung. Danke auch an meine Jungs. Und ja, so geht es auf jeden Fall weiter. Das heißt, ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Wenn ihr deabonnieren solltet, werdet ihr wahrscheinlich sowieso wieder zurückkommen, weil es interessant ist. Das heißt, eigener Content wird auf diesem Kanal jetzt hochgeladen, sodass einem keiner mehr ans Bein pissen kann. Macht es gut, meine Lieben. Haut da rein. Ja, danke. Untertitelung des ZDF, 2020